Hallihallo netzlich willkommen zu diesem kurzen Informationsvideo hier auf dem DiePixelhelden Kanal mit der Tinte und meiner Wenigkeit dem Ray. Wir möchten euch auf etwas aufmerksam machen. Neben den unterhaltsamen Videos hier auf dem Kanal bieten wir euch unter anderem zur Sprachkommunikation einen Teamspeak Server an. Das heißt, wenn ihr schon mit eurem Teamspeak Client im Internet unterwegs seid, könnt ihr auch eben auf unseren extra bereitgestellten Teamspeak gehen. Da gibt es verschiedene Channels, einfach nur zum Soplaudern mit der Community oder auch mit uns, wenn wir denn dann drauf sind. Oder aber auch natürlich zum gemeinsamen Zocken könnt ihr den Server nutzen. Um das Ganze jetzt noch abzurunden, haben wir natürlich auch vor allem für unsere Chat-Helden da draußen einen Discord-Server für euch bereitgestellt. Genau das gleiche wie im TS, nur könnt ihr hier wirklich in allen Räumen, wie ihr wollt, Freigeister. Ihr könnt miteinander reden, chatten, ihr könnt euch unterhalten über Spiele, über die Videos, was ihr möchtet, was ihr liebt und einfach viel, viel Spaß. Und ich denke, mit dem TS und mit dem Discord seid ihr auf jeden Fall sehr, sehr gut aufgehoben. Und um das Ganze abzurunden, gibt es nochmal was extra obendrauf. Alle YouTube-Mitglieder, die uns finanziell unterstützen, bekommen auf dem Teamspeak als auch auf dem Discord einen extra Rang mit zusätzlichen Funktionen, eigene Räume, bei denen ihr euch mit den anderen Mitgliedern austauschen könnt. Und das Einzige, was ihr natürlich dazu tun müsst, ist einfach Mitglied werden. Alle weiteren Informationen dazu, wie ihr dann die entsprechenden Rechte und Ränge bekommt, wird dann euch, wenn ihr den Mitgliedsstatus abschließt, erklärt. Alle weiteren Informationen befinden sich in der Videobeschreibung, also die IP zum Teamspeak oder den Einladungslink zum Discord. Und damit bleibt uns allen Pixelhelden nur noch zu sagen, wir freuen uns, euch auf dem Teamspeak als auch auf dem Discord begrüßen zu dürfen. Wir freuen uns, dass die Community dadurch weiter wächst und auch vor allem, dass ihr miteinander euch austauschen könnt. Also, bis bald, tschaui, macht's gut. Tschüss. 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 Vielen Dank.